Im letzten Jahr ist Bruno Spengler hier rechts vorne auf Position 2 gefahren. Von Startplatz 4 aus. Wie sieht es heute aus? Lichter aus. Guter Start von Spengler. Albuquerque bleibt stehen. Und Albuquerque, der wird da links und rechts passiert. Und Spengler mit einem Raketenstart. Mortara gegen Rockenfeller. Erste Kurve. Mortara ganz spät. Und Tomczyk macht das stark. Geht innen rein. Schafft es nicht ganz. Da musste Jamie Green, glaube ich, ganz weit nach außen. Paffert ist, glaube ich, auch sehr gut weggekommen. Also Tomczyk auf 3. 4, meine ich. Tomczyk auf 4. Auf 4? Ja, doch. So ist es. Ja, Mortara, Rockenfeller, Tomczyk. Green, Wiggins und Paffert schon. Roberto Mehl mit einem Funkspruch, den ich nicht verstanden habe. Der ist aber auch ganz weit hinten im Moment. Tom B. Hat er gewackelt, war da ganz schön weit draußen, musste dann das Auto unter Kontrolle bringen. Oh, ganz starke ersten 4, 5 Kurven hier von Paffert, der schon auf Position 7 ist. Bruno Spengler. Start nach Maß, so hat man sich das vorgestellt. Und hinten wird es ganz eng. Joey Hand ist da, der da attackiert den blau-weißen BMW. Hinter Vittores. Wenn ich das richtig sehe. Boah, Molina geradeaus in der Schikane. Der ist direkt vor Ralf Schumacher unterwegs auf Position. Welche Position ist das? Das ist die Frage. Scheider auf 8. Molina auf 12. Extrem war das übrigens mit der 14 vor Ralf Schumacher. Das ist auf Position 14. Nichts passiert und Spengler mit einem Raketenstart. Mortara gegen Rockenfeller. Erste Kurve. Mortara ganz spät. Und Tom Schick macht das stark. Geht innen rein. Schafft es nicht ganz. Da musste Jamie Green, glaube ich, ganz weit nach außen. Paffert ist, glaube ich, auch sehr gut weggekommen. Also Tom, Bruno Spengler. Start nach Maß, so hat man sich das vorgestellt. Und hinten wird es ganz eng. Joey Hand ist da, der da attackiert den blau-weißen BMW. Hinter Vittores. Wenn ich das richtig sehe. Boah, Molina geradeaus in der Schikane. Der ist direkt vor Ralf Schumacher unterwegs. Der ist aber auch ganz weit hinten im Moment. Tom B. Hat er gewackelt. War da ganz schön weit draußen. Musste dann das Auto unter Kontrolle bringen. Ganz starke, die ersten vier, fünf Kurven hier von Paffert, der schon auf Position sieben ist. Tom Schick auf drei. Vier meine ich. Tom Schick auf vier. Auf vier? Ja, doch. So ist es. Ja, Mortara, Rockenfeller, Tom Schick. Green, Wickens und Paffert schon. Goberto Mehl mit einem Funkspruch, den ich nicht verstanden habe. Im letzten Jahr ist Bruno Spengler hier rechts vorne auf Position zwei gefahren. Von Startplatz vier aus. Wie sieht es heute aus? Lichter aus. Guter Start von Spengler. Und Albuquerque, der wird da links und rechts.